Der traditionelle Äpfelfest für Kontern hat auch an diesem Jahr nächstes viele Leute aus der Gemeinde selber an der Neue im Gegend gelockt. Während der Tagsächer im Doppelgang wird die Organisation auch entfernt vom Straßenmarkt gedürcht. Kammer von allem haben sich über die Flotte-Irsel gefreut, auf denen sie durch Kontern reiten konnten, und zwar dort, wo sie sonst höchstens man verloren gewesen sind. Neben der Äpfel-Spezialität wie Beigny oder auch Fiets, konnten sich aber auch umpressen vom Gelände sehr bedürfen. Die Stimmung war bei der Haarlobschiedefall tipptopp genauso weit wie der Roch, und so konnten sie einen herrlichen Oktober-Sondag verbringen, ohne dafür weit zu führen.